Seit sechs Jahren spiele ich es schon und es macht mir immer noch Spaß. Worum geht es, fragt ihr euch sicherlich. Es geht um World of Warships, einem Action-Strategie-Spiel, in dem ihr über 500 Schiffe steuern könnt. Ihr könnt sehr historische Schiffe, wie beispielsweise das deutsche Kriegsschiff, die Bismarck, steuern und all das ist free to play, also kostenlos. Hier ist für jeden etwas dabei. Leute, die entspannt in ihrer Freizeit unterwegs sein wollen, vielleicht alleine. Leute, die zusammen mit ihren Kumpels in der Division fahren wollen oder so wie für mich Leute, die immer gewinnen wollen. Hier ist für jeden etwas dabei, das verspreche ich euch. Und wenn ihr denn mögt, sehen wir uns wieder auf den digitalen Weltmeeren. Mein Name ist Phil Stifti. Bis dahin.